Alter, Elfmeterschießen, glaubst du das Krasin? Versuch mal, versuch dein Glück. Alter, ich werd nicht mehr, alter, der kann das hier. Ui, schaffst du noch ein bisschen mehr in den Winkel? Winkel links oben. Links oben, links oben. Da ist der Torrichter. Wenn's ein gibt. Links unten, 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 nicht mit der, nein, naja. Na, auf jeden Fall sag ich, den hält kein Torwart. Der fällt. Manuel Neuer ist dagegen. Der war krass. Ah, nein, wer ist das? Wer ist das? Unter Ruskow, oh nein, das kann noch nicht wahr sein, alter. Was weiß ich, wie der heißt von Empoli, alter. Ich glaub das nicht hier, ey. Ey, der wird hier richtig heiß aufs Elfmeter schießen. Leider ist die Zeit abgelaufen und, äh, Empoli möchte heute in die Niederlage der letzten Nordrhein-Fahrt-Fahrt-Fahrt-Fahrt-Fahrt-Fahrt-Fahrt-Fahrt. Genau. Torrichter ist die Liste einmal durchgegangen. Und Ibrahimovic 5, 3-0, äh, Obameyang, genau so heißt er. Ja, Weigl, alter, ey. Das muss er einmal nachmachen. Das kann nur Weigl. Boah, was für ein Pass. Obameyang zum ersten Mal. Obameyang, 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 Obameyang. Ja, und das wird den Bähl. Da ist er wieder, da ist er. Obameyang, Obameyang. Oba, Obameyang. Obameyang. Ja, der will jetzt hier noch seine Tore machen. Äh, Passlag solltest du vielleicht nicht mehr einsetzen, aber das war nicht so gut. Ja, das weiß ich, alter. Du hast ja nur rote Karten gesehen in dem Einspiel. Gegen Atlético natürlich. Ei, Sabonara. Einmal Pfosten, Empoli. Genau, den haben wir verwechselt mit Carbonara. Das ist wahr. Jetzt der Pass, der Pass, genial. Und Obameyang, oh, 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 oh. Götze, Götze. Da ist der Bähl. Ich hab Handspiel gesehen von den Dingens. Skrubski, Skrubski ist das, genau. Skrubski. Was für ein Pass, was? Oh, Obameyang. Der ist schon dreimal da vorne gewesen jetzt. Der hätte schon seine drei Buhnen machen können. Der Abschluss muss deutlich besser werden. Das müssen wir festhalten. Götze, Götze. Ja, und Obameyang. Oh, Obameyang. Schade. Ja, das war ein brutales Foul von Mario Götze. So zielig wie er ist, so grob. Sabonara. Oh, 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 oh. Von hinten in die Gräten rein. Wie ist das? Kenn ich sie noch? Batra. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Batra. Jo, mag Batra. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Katra. Da steht er gut und hol sich den Ball. Gute Idee dieser Ball. Die Chance, Bürki, Bürki. Der Schweizer steht für den Uhr weg. Wieder Schweizer Uhr weg. Pulisic spielt sogar. Naja, okay, bei der Auswahl. Obameyang. Obameyang. Oh, der vernatzt hier zwei Stück fast. Oh, Ginter. Ganz wichtig. Boah, was für ein Traumpass. Oh, da läuft der nicht ganz durch. Makarone. Makarone. Buluski. Büchel. Schajone-Schweizer. Oh, der Büchel. Pucchiarelli. Büchel, Büchel. Sabonara. Auf Macaroni. 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 Keine schlechte Chance. Aber vorbei. Das wird auch ganz, ganz, ganz enge für den BVB. Der BVB muss für das Protest unbedingt einen Unentschieden holen. Aber Obameyang will noch Dolchitz und König werden. Da muss noch einiges passieren. Stimmst du mir dazu? Er stimmt mir zu. Gelb für Weigl. Ich meine, gelbe kommst du nicht in meinen Athletikoran. Da muss er ein bisschen drauflegen, okay? Wenn du das nicht machst, Alter, dann... Ja. Fünf kannst du drauflegen. Ne, vier kannst du drauflegen. Dann wird abgebrochen bei der fünften. Gute Aktion. Ei, ei, ei. Obameyang. Der beschwert sich nur. Der soll spielen. Der soll spielen. Guck mal. Schmelzer macht die Arbeit für ihn. Da flext er fast, da flext er fast dieses Spieler da weg. Schmelzer auf Pulisic. Jetzt Obameyang. Der müsste eigentlich schon bald nicht mehr können. So oft, wie der heute schon vorne war. Aber der bekommt wie ein Magnet den Ball immer zurück. Aber die Präzision lässt sich wünschen. Das war zu lässig. Ja, das ist der Einsatz von Schürrle wieder. Götze, Götze. Ei, 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 ei. Wie gesagt, Götze, wie in seinen alten Tagen. Halbzeit 0 zu 0. Was Karten angeht, da kann noch einiges passieren. Tore. Bitte Obameyang. Da muss was passieren. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Krocke. Krocke? Beluski. Ach, Beluski heißt das. Ich dachte, Belusic oder irgendwie sowas. Macaroni. Oh, das ist ein Pass. Bucchiarelli. Bucchiarelli. Bucchiarelli, Bürki. Wofür hat man einen Bürki? Der Bürki muss Mann des Turniers werden. Eindeutig, da stehe ich mir überein, oder? Definitiv. Felix Passlack. Jetzt Götze. Eindeutig. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt. Oh, ja, ja. Da keinen Zugriff. Keinen Zugriff. Und Eckball. Jetzt gibt's einen Eckball. Beluski holt Eckball. Ne, doch nicht. Beluski nicht. Beluski verursacht Eckball. Und die Flanke. Die Flanke. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Los, knall das Ding da drauf. Skrubski, Alter. Eindeutig. Die erste hat den Spieler rausgeköpft. Die zweite. Der Tor war lässig gehalten. Ein Foul. Ich hab's nicht gesehen. Das war einfach nur hingefallen. Sieg Norelli kommt zum Einsatz für Maiellen. Oder Maiello? Oder wie der heißt. Ich hab den Namen nie gehört. Makaroni. Makaroni. Makaroni flankt. Und, oh, Schmelzer abgeklärt. Cool. Zu Pulisic. Oh, ist das ein Pass. Zu Obermeern. Und Götze wird angegangen. Götze wird angegangen hier. Kommentierst du, oder soll ich? Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Makaroni. Makaroni. Voller Einsatz von Bürki. Bürki ist der coolste Mann auf dem Platz. Dembele. Dembele. Oh, das ist ein schöner Pass. Oder aus dem Passlack. 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 Muss flanken. Der flankt. Sehr weit. Und ein Wurf. BVB. Alles für den BVB. Jetzt vielleicht der BVB. Die nächste Flanke. Da ist, da ist. Oh. Die Marco. Die Marco verursacht Equal. Jetzt kann es was geben. Komm. Die Flanken, die kommen. Und Kopfball. Kopfball. Nein. Skrubski wieder. Skrubski. Ich fasse das nicht. Der alte Mann kratzt alles vor der Linie. Dembele. 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 Oh, Götze, 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 Götze. Ich glaube, er drückt nur noch irgendwas. Aber so gut wird das hier nicht mehr so. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Über Passlack. Passlack zu Dembele. Wieder Passlack. Passlack. Der muss zurückkommen. Dembele. Dembele hat eine Chance gegen italienisches Catenaccio. Oh, ist die gut. Ist die gut. Oh, Samparelli. Scheiße, 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 Mann. Puccarelli, Puccarelli. Aufpassen. In der Mitte. In der Mitte. Zwei frei. Der Ball kommt an. Bürki. Bürki muss alles riskieren. Bürki riskiert. Bürki hat ihn. Und gegen Zug Götze. Götze auf Aubameyang. Aubameyang. Auf. Wer ist das? Passlack bei der Passlack. 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 Oh Gott. Aubameyang kommt leider nicht dran. Dortmund ist erbricht drauf. Das Spiel hier unentscheidigt. Die Mindeststats. Oder doch noch den Lucky Punch durch Aubameyang. Ein anderer Torschütze glaube ich nicht, dass es hier geben wird. Schülle. Auf Pulisic. Der spielt auf Aubameyang. Und das war Handspiel. Handspiel. Mit der Hand weggehauen. Sag mal, geht's noch, Schiri? Total daneben. Total kaputt. Wie ist denn nochmal ein Schild? Oh, die spielen. Die spielen. Und das ist kein Foul. Nur den Ball gespielt vom Verteidiger. Sampo Nara. Sampo Nara. Und Vollreihe. Nein, das kann nicht sein, Alter. Das gibt den Rot für Batra. Das war's. Das ist gelaufen. Da kannst du den Schiri nicht mehr davon überzeugen. Das ist weg. Das ist definitiv K.O. Oh, Quergelicht. Quergelicht. Makarone. Oh. Und da verlieren sie den Ball. Und da spielen sie es aus. Wir verkünden. Dritter Platz geht an den BVB. Zweiter Platz an Manchester United. Sie konnten den Ball besitzen. Und den ersten Platz Atletico Madrid in unserem ersten Turnier des Abends. Voll krass. Es kann so weitergehen im zweiten Turnier. Und da werden wir sehen, ob dieser Mann, der Aubameyang, wieder einmal Toshitskirchen wird. Also, da sehen wir beim nächsten Catenaccio.